so ok dann machen wir den nächsten dreck hinterher das könnte sogar schon die letzte mission sein zumindest für den zweiten teil mal gespannt kannst du dich mal hinsetzen charakter oder magst du das nicht dankeschön dann loggen wir uns mal ein am pc VIP auftrag und ach nö ach nö das ist schon der heiße zeit hier liegt immer schon durch ja das ist ja super das war schon was wir da alles heißt es das zweiten dann fangen wir mit dem dritten direkt an mit der suche dass da sich nach der letzte davis geordnet wurde auf jetzt zwei von drei kopien aber schon gefunden die dritte machen wir jetzt eine ermittlung davis ermittlung davis so heißt zumindest diese mission dann hüpfen wir mal und alle tut sich was verlassen ja ja stresst doch nicht das ist das ist das ist das ist das ist die kai tut sich fährt sich wieder ein zurecht da und dann noch die fahrphysik von gta na ja das auch so ach so wir sollten ein auto suchen wir wollen wir schießen ja die ruhe weg okay okay Wir büsten ein Verhältnis. Du bist für uns, wir bist für dich. Weil ich ein paar Läge auf dem Telefonkarten habe. Hey, so, du kennst das Franklin. Du kennst das Lamar Davis? Er ist nicht irgendwo in dieser Dre-Shit, die du arbeitest, ist er? Geh das von mir. Du möchtest, dass das Ding klar ist. Fahre wohl nach La Mesa. So, unterbreche den Deal. Das kann ich gut. Der war zu töten? Moin, gibt's hier irgendwelche Waffen zu holen? Hallo. Ich glaub, die gehören zu uns. Achso, ja, jetzt nicht mehr. Oh, Hilfe. Oh, Hilfe. Das war halt eigentlich genau. Steal die MET-Ausrüstung. Bist du drin? Achso, nö, komm jetzt weiter. Jetzt bin ich da. Oh. So, räumen wir mal ein bisschen mit auf da. Ja. Der wollte ganz schnell wo hin. Der auch. Der auch. Kops. Oh. Achso. Oh ja, eine Lippel. Ah. mit jemals vom brotradfall jetzt gehen wir morgen ich habe gesagt ich fahre hier rechts runter und ab in den tunnel da unten stand natürlich da könnte sie vielleicht am schnellsten loswerden war nun mal so eine idee hier Du wirst doch gut! Ain't no more to keep something like this on the down low for long around here! Das war's. Nee, tatsächlich war der Anwalt sogar die letzte Folge, die wir gemacht haben, zusammen. Ich hab mal gerade mal geguckt, die Limousine war glaube ich eins vorher. Aber ist ja auch egal. Okay, nice, we're here. I'll call Franco, when I know what's up. So, da sind wir da. Sehr gut, Vernon wurde überzeugt, nach dem League zu forschen. Okay, es gibt übrigens einen neuen Spielmodus, der tatsächlich für uns ganz interessant sein könnte. Und zwar hier dieses mit Franklin und Lamar. Ja, aber ich glaube, das geht noch bis Donnerstag. Okay, das war nur einmal eine Idee. Ja, aber ich hab gelesen, dass es irgendwie nur für eine Woche geht. Schade, das war, weil sonst wäre es vielleicht für danach nochmal eine Idee, wenn wir hier mit der Agentur durch sind. Das ist, wenn ich das richtig gelesen habe, was da steht in dem Text. Na, vielleicht kann man es ja nochmal versuchen herauszufinden, ob es wirklich nur bis Donnerstag ist. Ansonsten müssen wir leider, geht es leider nicht. Aber sollte das der Fall sein, dass es länger geht, könnten wir es mal irgendwann in Angriff nehmen. So, jut. Ich hab jetzt leider noch keine weiteren, uh, ich hab mal eine Musine gefunden. Müde? Mach's los? Kommt vom Alter, ne? Irgendwann. Ich glaub, der Glitch hat man schon mal versucht, anzuschneiden. Der geht, glaub ich, nicht mehr, ne? Was? Der Glitch. Es gibt ein Glitch, der nicht so völlig mal gesehen habe, tatsächlich. Und zwar dieses, der Käfig hier. Mit den Cops. Dann stehen die Cops, glaub ich, nur... Ich stehe die Cops, glaub ich, nur vor dir machen, nischt. Jetzt geht er anders. Äh, wollen wir noch... Wollen wir noch weitermachen, oder willst du Feierabend machen? Einen können wir noch machen. Ja, ich hab grad den auch nicht angekriegt. Ja, wie gesagt, du möchtest nämlich auch noch dein Zeug ein bisschen aufnehmen. Und... Ja, ich muss das Rennen von gestern noch schneiden und äh... Es ist ein bisschen schwierig, nur auf der Felge zu bremsen. So, äh, Auto. Dann waren wir noch mal Tage zurück. Was mit dir? Ach, weise. Ja, wenn dann vermisse ich mich da. Ah, das ist ja blöd, wenn ich online... Online kann es ja gar nicht passieren. So. Dann fahren wir noch zur Agentur. Und dann geht ich in der nächsten Folge weiter mit dem nächsten Teil. Ich mach ja mal eine Frage. Mit Caps nächsten Teil. Ah, ich hab ein gewaltiges Teil. Nein, ähm... Das kann man sich nur in Episoden angucken. Ja, ja, das geht nicht in einem Stück. Das weiß die Sven ja genauso. Von meinem gibt's nur Kinofilme, weil er so lang ist. Klar. Bis vor... Nee, ist jemand heute nicht. Bei mir ist das schon eine ganze Trilogie. Ja, eigentlich... Nee, eigentlich sogar eine ganze Staffel. Und dann ging's schon der Mavericks. Ich fand's aber auch... Ja, vielleicht schaffe ich's sogar ein bisschen. Also es könnte tatsächlich sogar sein, dass es jetzt vielleicht doch wieder ein bisschen regelmäßig kommt. Samstag, wohl... Samstag, 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 muss ich gucken, ob ich da schaffe, Zeit finde, so viel zu haben aufzunehmen. Du hast mehr oder weniger frei, Samstag, ne? Ja. Ja, ich hab Fahrschule nur. Ich weiß noch nicht genau, wann ich zu Hause bin. Statt jetzt ist es um 4, 5 Uhr. Vielleicht könnte man da auch eine Möglichkeit finden. Weil ich überlege gerade, ob ich Spätschicht jetzt ein bisschen vorproduzieren soll, quasi mal weniger ein bisschen Nebenquatsch hier machen soll mit der Agentur, dass ich keine Hauptmission mache, dass wir nur die Hauptmission haben, dass ein bisschen zum Ende des Agenturzeugs kommt.